fünf wochen urlaub wüsste ich ja gar nichts mit mir anzufangen so nahrung sieht okay ich aus würde ich sagen und daher ist es passt wenn noch ein paar einwohner kommen siehst du da sind sie auch schon wo wir können feld fruchtbarkeit ist halt auch echt ein heftiges thema so straße wird hier langsam aufgewertet das ist auch gut wir kriegen ja langsam winter hier sind durch können wir mal gleich können wir den einen sammler auch wieder an machen so langsam ja wobei euch lasse ich mal so und hier würde ich mal gerne wieder einen noch dazu nehmen okay so 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 sammler sollte ich vielleicht auch eher so ein bisschen nach hier drüben überlege ob wir das eine feld erweitern aber wie ist das wenn ich das feld erweitere so geht das nicht oh gott müsste erst terraforming betreiben ok wenn ich das eine feld erweitere wenn dann würde ich aber auch das bisher erweitern wollen und dann ist wieder zu klein ich kann das gar nicht an der stelle erweitern doch hier könnte ich es erweitern ich kann die uni der bau mal ein neues gleich und durch gewohnheiten gebrochenes wein aber bitte jetzt haben wir ja ein arzt so hier sollen dann noch häuser sind das aktuell mit der attraktivität aus auf welche attraktivität auf 30 müssen wir kommen damit die sich aufwerten ich glaube als nächstes bauen wir dann mal eine schule was kostet die klar noch mal müssen wir noch mal ein bisschen lehm kaufen 50 bretter 100 gold okay die kosten die hat auch laufende kosten oder glaube schon pass mal auf das mit nahrung grad nicht so schlecht aussieht würde ich sagen dass die jetzt hier nicht schlachten machen wir die herdengröße mal ein bisschen hoch wenn man ja immer noch verringern wenn wir wieder wenn wir dann doch mal fleisch brauchen sollten so das kann weg aber vielleicht würde ich trotzdem so langsam schon mal noch ein feld anlegen und dann könnten wir über eine mühle und bäcker nachdenken wobei wir dafür auch erst mal wieder geld bräuchten weil wir ja schweres werkzeug brauchen dafür ich würde vielleicht doch tatsächlich damit unseren leuten besser geht das hier nicht mehr einlagern haben wir zwar eh nicht so viel davon aber heute brauchen wir dann natürlich um das haus aufzuwerten aber ja kerzen würde ich auf jeden fall komplett einlagern das brauchen unsere leute jetzt nicht ok wie lange streams heute schaffst du die zwölf stunden gehe ich mal von aus also zwölf stunden machen wir dann rack fest wer da bock hat kann gerne mit katar kann dann gerne mitgespielt werden heute abend und also ich denke mal die zwölf stunden machen wir heute bestimmt voll easy peasy so ein händler ist schon da wir warten noch auf den zweiten aber wir machen mal ein bisschen langsamer gucken schon mal was der so zu bieten hat der würde kleidung kürbe bier holz paufen oh leder für sieben das ist gut da können wir vielleicht was mit anfangen ja müssen wir mal warten bis der zweite händler hoffentlich gleich kommt ja das verstehe ich run fühle ich eventuell gibt es dann noch eine runde pummel party danach oder so wenn ich das richtig mitgekommen mitbekommen habe gucken wir mal bärtchen hatte ja gestern geburtstag äh genau wir haben rack fest server von xane der läuft seit gestern schon wieder ich weiß mein vater hatte gestern ist bärtchen dein vater nein was ist denn hier los wieso rennt denn hier ein soldat rum auf der suche nach ach so weil er den turm besetzen will ja das ist okay der turm soll ja auch besetzt werden das hatte ich ja so geplant alles cool ah da kommt der zweite händler ich gebe zu bärts und wurde mit knapp zwei jahren vater er früh übt sich und so sie gucken wir mal was würdest du denn gerne kaufen kleidung schuhe steine holz ja super ich glaube das ist auch wieder nix wo wir geld verdienen können hier wobei steine für sieben und er kauft steine für acht das ist doch schon mal ein gutes geschäft würde ich sagen da können wir doch schon das ist ja schon mal ein anfang wir holen uns mal die kohle und gucken der weile mal was der hier unten verkauft leben kerzen mehl steine gewürze okay das leider nichts was irgendwie interessant wäre dauert das wieder ewig bis das gold hier ankommt wo ist das problem liebes spiel wohl doch bitte das gold wo bist du gerade was machst du der hat kein gold einstecken okay fährt zum handelsposten hat aber anscheinend das gold umgelagert weil es ist nämlich hier oben weg gut dann steiner du verkaufst steine habe ich gehört ich meine es ist keine große gewinnspanne die wir machen aber sind wenigstens so ein paar taler die wir verdienen das ist aktuell nicht schlecht die steine die wir selber gesammelt haben verkaufen wir natürlich nicht was mache ich denn hier wenn wir kaufen nur machen nur so hat ja eh nicht so viele so irgendwas stimmt da aber mit dem geld auch gerade nicht naja gut okay es waren wir haben ja jetzt quasi nur 50 taler verdient oder so das ist alles nichts was ich verkaufen wobei die stunden die steine würden sich fast lohnen und da haben wir eigentlich steine haben wir auch unfassbar viele ja ne klamotten gucken wir erstmal muss erstmal unsere einwohner beim geld reine datenfarbe ja ja wir sind hier schon in meinem mittelalter doof ist internet kein neuland wir haben quasi das online banking erfunden ich überlege zeit verkaufen wo die steine oder verkaufen wo die steine nicht steine haben wir ja uns fehlt eigentlich die arbeitskraft um steine abzubauen hexane grüß dich ne 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 wir lassen das wir transferieren das gold in das gesamtlager so und lassen laufen habe ich die bauern zugeteilt so sehr gut hier wird gold abgebaut so muss das ihr kriegt auch eine straße wo wird mir der riethof auf jetzt geht es hier wieder mit der straße nicht so wie ich das will kurz mal pause da müssen wir die ganze straße abreißen die bäume im weg war das geist auch die ganze straße ab mann macht er denn da wieso kommt er denn da nicht um die ecke rum dann halt so ist mir egal blünderer gesichtet war ja klar jetzt wo es gerade wieder so ein bisschen aufschwung gibt und leichten wir haben uns gerade wieder ein bisschen erholt einwohner technisch so da kommt einer da kommen okay pass mal auf tut mir sehr leid aber schick euch jetzt in den tod gucken wir mal okay flieht ihr narren flieht das bringt so nix sieben plünderer und dann zeigen die mir die an die am weitesten weg sind ich weiß das dauert jetzt eh eigentlich zu lange aber vielleicht hilft sie ein bisschen mr m grüß dich so die wären jetzt hier unten erst mal ein bisschen gestoppt und schon mal beschossen okay es werden auf jeden fall ein paar dorfbewohner draufgehen brauchen wir nicht drüber reden mein gold ist im lager da darf keiner hinkommen hier klauen sie jetzt auch irgendwelche sachen wie können die denn gold klauen das ist doch überhaupt nicht da drin das muss dass das ist aber auch ätzend ich habe das gold extra nicht im handels posten weißt du ich lager das ja extra um also sprich müsste das im lager sein wie können die denn aus aus meinem handels posten dann das gold klauen sorry aber das ist doch das ist doch wieder unsinn okay okay wir haben aber die gekillt die das gold geklaut haben das gold ist in der gold klauen ja die können überall das gold weißt du sie könnten hier hinten den arzt plündern und würden mir das gold klauen jetzt habe ich leider hier die plünderungs übersicht verpasst ich spiele schon nur mit halber geschwindigkeit wenn plünder kommen und kriegst trotzdem nicht mit ja wir müssen es uns leisten zumindestens die türme einfach besetzt zu haben könntet ihr euch mal bitte um den dorfbewohner da kümmern um den plünderer kümmern ich glaube es ist nicht mal ein einwohner gestorben oder wir haben zwischendurch einwohner dazu bekommen weil wir sind gerade wieder an der grenze hier oben okay die haben wir halt gekillt alles klar cool geht einem geht allen gut ich glaube wir hatten keine verluste ich bin mir nicht ganz sicher wir sollten auf jeden fall den hausbau priorisieren ich hoffe dass die gleich das gold wieder einsammeln hier ist zu uneben für häuser im moment ich glaube hier würden die kinder häuser hin passen oder 123 ist das schon zaun dann passt der hier kein haus sind sieht aber irgendwie so aus als würde dann haus entpassen ich weiß jetzt halt nicht ob der cluster zu dem haus gehört oder nicht technisch gesehen sollte das also bei dem haus nicht aber hier dahinter müsste es gehen so da müssen wir ein bisschen terraform wir können ja aber auch erstmal hier drüben häuser bauen aber das ist auch terraform bedürftig es kostet zwar unfassbar viel arbeitskraft aber mein mucus geht es gut die haben jetzt doch zwei kühe geschlachtet naja haben wir wenigstens ein bisschen fleisch gekriegt ok na zumindest haben wir den angriff überstanden aber wir müssen es uns halt finanziell irgendwie leisten zumindest mal die zwei türme besetzt zu haben ich würde auch eigentlich den gerne besetzen ja machen wir auch achso wir haben gerade kein personal dafür achso ne das war das problem so langsam sollten wir die dauerhaft besetzt haben auch wenn das echt viel geld kostet ja wir brauchen weitere häuser das gebe ich dir recht spiel zwei sind dann noch im bau die sollten gleich fertig sein wird aber tatsächlich gerne noch mehr bauen da geht nicht das zu uneben da hinten ist die attraktiv zu niedrig wir müssen die gebäude hier auch noch mal umsetzen es wird halt eklisch hier terraforming zu betreiben was war das hier für ein gebäude rüstung schmiede das könnte auch nicht so verkehrt sein wie sieht denn das mit unseren lederbeständen so aus ja die sind quasi nicht vorhanden alles klar vielleicht sollten wir dadurch dass die kühe ja hin und wieder jetzt geschlachtet werden sollten wir vielleicht den zweiten räucher dingens hier mit aktivieren wie für arbeiter haben wir jetzt noch zwei ok das ist nicht viel das heißt erstmal wieder abwarten und tee trinken beziehungsweise halbe geschwindigkeit meine lieben wir machen mal ganz kurz zwei drei minütchen pause ich würde mir mal einen neuen kaffee anschmeißen und euch dabei noch mal den trailer fürs charity event abspielen also bis gleich so blase das leerkäppchen läuft da bin ich wieder habe ich was verpasst blüht wir machen halt echt gerade böse minus was das gold angeht und da liegen noch 140 gold würde die bitte mal jemand einsammeln hallo ich meine ich weiß wir haben ja ein sehr sehr reiches gold vorkommen aber das ist kein grund das zeug auf der straße rumliegen zu lassen also echt nicht ja der arzt ist mit 30 halt schon nicht günstig wir wollten eine schule bauen fällt mir da gerade ein die hat keine unterhaltskosten das ist okay wenn die keine unterhaltskosten hat dann schmeißen wir die schon mal an die kommt nicht dahin weil der boden dazu und eben ist wir könnten die hier oben hin bauen weil für häuser ist da edi attraktiv zu nie die attraktivität zu niedrig so erst doch schon mal ein guter plan und dann müssen wir wohl oder übel mal hier platz machen war nicht zu viel auf einmal weil ich möchte gerne die gebäude von hier unten da hoch ziehen lassen dass wir die attraktivität ein bisschen besser wird weil das sind eher gar nicht die zwei gebäude sind eher die gebäude da mal sowie wands grüß dich ich hoffe ich habe halbwegs richtig gelesen herzlich willkommen so aber wir haben wieder ein bisschen schwung in die bude gekriegt irgendwie haben wir hier wieder ein bisschen schwung in die bude gekriegt und ich sehe dem ganzen wieder etwas optimistischer entgegen wir werden auch mal den turm da fertig bauen da fehlen ja auch nur noch sechs holz und dann tun wir den aber umziehen und hier vorne hinstellen ob ich den bemanne weiß ich aber noch nicht bis jetzt sind übrigens die angreifer bis auf ich glaube das allererste mal kamen sie von hier oben alle anderen angriffe kamen hier von links weiß nicht ob das so beibehalten wird weil sonst könnte man auch den turm umziehen lassen naja schauen wir erst mal ansonsten steigt die zufriedenheit unserer leute gerade wir könnten dann natürlich langsam gucken dass wir die häuser zum aufstieg bekommen da fehlt uns halt attraktivität für gut die schule wird jetzt noch mal attraktivität bringen und wie gesagt so ganz langsam könnte der plan sein auf rot zu gehen müssen wir zwar geld ganz schön in die hand nehmen weil wir die teile erst kaufen müssen vier neue dorfbewohner so langsam sollten wir es wieder limitieren der nahrung wegen so die kühe haben hier zwar schon gute arbeit geleistet für die fruchtbarkeit aber noch nicht so viel ich würde mal noch ein feld bauen die frage ist noch hier ist wahrscheinlich hier ist wahrscheinlich zu uneben oder wie das würde gehen gleich ein etwas größeres feld baue ich das feld da gerade über den weg drüber das ist jetzt 7 x 7 warte mal für 5 x 5 braucht man einen arbeiter für 6 x 5 warum braucht man dann für 7 x 7 war mal 5 x 15 25 7 x 7 sind 63 sind kopfrechnen leute 56 9 das macht ja gar keinen sinn machen wir 6 x 8 ist auch für zwei arbeiter 6 x 9 ist dann schon 3 so janni ist klar grüß dich mein kaffee ist fertig moment so Amen. Juhu, frischer Kaffee. Sieht die Welt doch gleich ganz anders aus. Na gut. Haben wir noch Häuser im Bau? Ja, okay. Zwei Stück. Hier schon mal ein bisschen Terraform. Guck da. Der geht sich einen Bogen holen. Ja, der ist halt ein bisschen doof. Die Bögen liegen halt da hinten. Irgendwo. Da. Vielen Dank. Weil wir würden natürlich auch mehr Geld verdienen, wenn die Häuser aufgewertet sind. Wir brauchen noch für die Schule 25 Clay. Haben wir noch. Hatte ich ja schon mal eingelagert. Da liegen auch wieder Sachen rum, die da nicht rumliegen sollten. Und was ich auch gerne bauen würde mittlerweile, wäre ein Kornspeicher. Ich überlege noch, den bauen wir hier mit bei den Lagern hin. Ich denke mal, hier werden wir auch die Windmühle dann hinbauen. Später. Und wir sollten die letzten 78 Taler, die wir haben, die letzten 39 Taler, die wir haben, hier reinpacken. Dass wir die jetzt nicht ausgeben. Dann können wir zwar theoretisch gesehen jetzt die Miete von den Türmen und von dem Arzt nicht bezahlen. Aber das ist dann jetzt halt so. Aber im Zweifelsfall brauchen wir das gleich, um neuen Handel zu treiben, um wieder neues Geld zu verdienen. So langsam fängt es sich. Ja, ja, wir kommen. Wir haben, das war halt wirklich das Ding. Wir haben jetzt Leute dazu bekommen. Und mit Leuten läuft es wieder. Nahrung ist okay. Also wir können noch ein paar Leute aufnehmen. Es sind ja auch noch ein paar Häuser im Bau. Und damit kriegen wir die Sache jetzt wieder einen Schwung. Mehr Häuser bedeutet natürlich auch mehr Einnahmen. Wie gesagt, noch besser wäre es, wenn die Häuser aufgewertet wären. Ähm, da sparen wir aber erstmal noch ein bisschen für. Weil wir haben eh noch nicht genügend Attraktivität. Ei, grüß dich. Wie viel kommt über die Goldmine rein? Äh, aktuell gar nichts. Weil wir das Gold noch nicht einschmelzen können. Also wir bauen zwar Gold schon ab. Aber wir bräuchten Stufe 3, um eine Schmelze zu bauen. Und da sind wir noch weit von weg. Im Zweifelsfall können wir natürlich Rohgold quasi verkaufen. Und danke, Ei, für dein Follow. Herzlich willkommen. Äh, können wir Rohgold verkaufen. Da muss der Preis aber schon wirklich gut sein, dass ich das mache. Oder wir müssen einen extremen Goldmangel haben. So, aber es wäre schön, wenn wir zum Beispiel die 40 Gold da mal noch einsammeln würden. Liegt halt wieder das Zeug auf der Straße rum und keiner sammelt es ein. Also wie gesagt, die Goldmine produziert aktuell noch kein Gold in dem Sinne für uns. Ist immer noch zu uneben hier. Allerdings dürfte ja jetzt hier ein bisschen ebener sein. So, warte mal, wie Platz haben wir denn hier? Ja, eins, zwei, drei. Da passt. Ja, wie gesagt, die Häuser brauchen ja nicht unbedingt Wege, ne? Ich meine, klar wäre schöner mit Wegen, aber... Hier müssen wir eh noch aufpassen. Hier können wir eigentlich eh nicht so viel bauen. Da müssen wir erst die Attraktivität in den Griff kriegen. Ja, ja, wir haben Goldmangel, Romero. Alles gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt ist eh gerade kein Händler. Jetzt können wir eh gerade nichts machen. Das reicht, wenn wir da zwei haben. Da haben wir eh nicht so viel Flachs auf Vorrat. Getreide könnten wir mehr gebrauchen. Ja, wobei, geht so. Aber wenn wir eine Mühle bauen wollen, brauchen wir auf jeden Fall mehr. Kerzenzieher könnten wir mal noch einen zweiten einstellen, glaube ich. Ja, auch wenn es da... schlecht aussieht. So, äh, drei Bauern. Ah, Bretter können wir, glaube ich, erst mal auf zwei runtergehen. Jo, okay. Ach so, wir könnten jetzt mal hier hinten die, äh, Jagdhütte fertig bauen. Vielleicht kommt dann noch mal ein bisschen Fleisch. Also das Fleisch ist jetzt weniger das, was ich will. Die Fälle sind halt das Interessante. Deswegen den Fischer, den lassen wir mal noch. Den müssen wir noch nicht fertig bauen. Wie gesagt, wir brauchen ja auch das Personal am Ende, um das alles zu besetzen. Aber es geht ja aufwärts. So, Winter können wir ja auf jeden Fall wieder Schindler machen. Oh, ich glaube, Brunnen brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen. Also ich glaube, der eine Brunnen, das wird ein bisschen wenig für die ganzen Leute. Aber wir gucken mal. Da kümmern wir uns drum, wenn sich die Leute drüber beschweren. Wir sind aktuell mit dem Holz halbwegs schick. Wir sind mit dem Brennholz schick. Bretter. Haben wir einen kleinen Vorrat. Gold ist halt gerade scheiße. Wohnraum kommt gerade dazu. Das ist schön. Zufriedenheit ist tendenziell okay. Ja, so langsam haben wir es ein bisschen im Griff. Wir müssen halt gucken. Also wir haben jetzt schon gemerkt, die Plünder, die Plünderungen werden größer. Das lassen wir erstmal alles so. Ja, ich habe aufsteigend sowieso erstmal aus, Romero. Da sollten wir ja auch erstmal Bretter sparen und so. Das wird dann ja erstmal... Aber ja. Mein Plan ist es aber eher... Zwei neue Dorfbewohner. Sehr gut. Mein Plan ist es eher... Eine Mühle und einen Bäcker zu bauen. Das bringt ja auch Zufriedenheit und Nahrung. Ich würde das Geld erstmal dafür ausgeben, als für einen Park. Würde ich als etwas wichtiger empfinden. Wir machen mal die Herden größer etwas. Wir gehen mal auf 10. Dass die jetzt nicht so direkt geschlachtet werden. Bestätigen. Jaja, definitiv. Definitiv. Aber ich will es jetzt auch nicht... Also ich will die Häuser jetzt auch nicht unnötig aufwerten lassen. Dass wir dann so ein oder zwei davon haben. Das macht ja auch keinen Sinn. Wie gesagt, und die Bäckerei bringt ja auch Zufriedenheit. Die bringt ja auch Attraktivität. Von der Seite gesehen... Hat die Bäckerei halt einen doppelten Nutzen. Im Gegensatz zu dem Park. Klar, der Park bringt mehr Attraktivität. Aber... Da habe ich halt... Beim Bäcker habe ich zwei Sachen. Schade, dass wenn die fertig gebaut sind, man den Ertrag nicht mehr sieht. Okay, der hat 10 und 8. 6 und 5. Ich glaube, wir setzen den mal nach... Hier. Und... Gehen nach da. Da haben wir noch zwei Häuser im Bau. Okay. Ja, ja, schon klar. Ne, also es mangelt auch an Attraktivität. So ist es nicht. Also wir sind jetzt hier bei... Bei 17... 15, 16, 17 Prozent von 30. Also an Attraktivität mangelt es auf jeden Fall noch für den Aufstieg. Ne, das ist es nicht. So, wir haben schon einen Händler am Start. Ja, okay. Aber es ist gerade nur einer. Äh... Ne, das heißt also für das... Ne. Ne, 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 ne. Honig... Der hat aber auch gerade beschissene Preise, ey. Wüsste... Und das Einzige, wo man wirklich mal einen beschissenen Preis haben könnte, weil ich es gebrauchen könnte, da ist es natürlich schweineteuer. Belastend. Ja, wenn wir schon mehr Geld hätten, würde ich natürlich hier zum Beispiel die Weide kaufen und dann mal so ein Weidending, aber... Okay, wir warten mal, bis der nächste Händler kommt. Kommt ja hoffentlich noch einer. Vielleicht sehen wir hier schon irgendwo einen angewackelt kommen. Aber aktuell eher nicht so. Mal. 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 aber honig kauft doch ohne ich kaufte gerade ja ja gut ja den honig da könnte man drüber ich guck erstmal wenn zweiter händler kommt ob wir da irgendwie was machen können vielleicht hat er auch einfach bessere preise oder so das können wir ja schon abwarten also insofern hier irgendwo einer noch sehe ich kein kann ja auch sein dass dieses jahr kein zweiter händler kommt mal ein bisschen schnell vorlauf der ist ja noch 30 tage da hier was anderes haben wir gerade nicht unbedingt zu organisieren wahrscheinlich kein zweiter händler zu kommen diesmal sieht schlecht aus da ist die frage verkaufen verkaufen wir nicht ich meine sind natürlich trotzdem 180 gold und da wären auch noch mal 150 gold aber die kräuter da muss ich sagen die kräuter sind zu wertvoll dann hebe ich die die hebe ich lieber auf weil die brauchen wir ja auch für das häuser aufwerten im zweifelsfall kleidung habe ich noch nicht genug vorrat dass ich das verkaufen will ja machen wir aber wir lassen das gold trotzdem im handels posten dass das hier nicht für miete rausgeht zwar naja ich sei jetzt mein anfangsstrich ein bisschen back using weil bei den türmen und auch beim arzt habe ich das gefühl dass nichts passiert wenn man die miete nicht bezahlt im gegensatz zum theater zum beispiel das ist dann inaktiv und generiert keine unterhaltung aber der arzt zum beispiel der arbeitet ja trotzdem gleich kommt ja auch doch noch ein anderer händler und die kommen mit zeit nur mal gerade nicht gleichzeitig weil weil der andere im stau stand oder so so der jäger hier ist fertig so hier waren da ist natürlich die map noch nicht aufgedeckt ich setze den einfach mal hier hin es könnte natürlich auch sein wobei wölfe und wildschweine und bären werden wir nicht angezeigt machen erst mal so der tut für uns dann ja auch die map ein bisschen aufdecken ist ein bisschen weit weg vom schuss sollten wir vielleicht hier die temporäre unterkunft noch mit fertig bauen lassen so der macht einen abflug gucken wir mal ob irgendwo einer ankommt hier noch aber sieht eher nicht so aus zwei neue dorfbewohner geboren kinder aus der leben ist da die bretter sind da macht die schule fertig so aktuell haben wir sogar nur minus eins dienste minus vier soldaten was macht denn der arzt da passiert halt nichts also weißt du wenn das so wäre dass der arzt dann inaktiv ist weil er nicht bezahlt wird aber da müssen sie halt noch irgendwie ne was weiß ich arbeitet 50 prozent schlechter oder arbeitet gar nicht oder ne das fehlt da hier noch so ein bisschen auch bei den geschütztürmen klar sagt er dir dass du dir die monatlichen kosten nicht leisten kannst aber er passiert halt auch nichts ne aber wie gesagt early access da wird schon noch sicherlich was kommen zu dem thema hallo lydia grüß dich wo acht menschen ja nämlich auf habe ich auch gerade gut platz für sehr neid sehr nice ihr seid herzlich willkommen meine lieben so dann ist ja gut dass ich gerade neue häuser angesetzt habe brauchen wir dann ja jetzt haben wir direkt mal arbeiter das ja unfassbar wie sieht das mit unserem feld aus ist das schon fertig stecke ich doch direkt mal zwei mehr in die in die goldmine wie sehen unsere fell vorräte aus sehr begrenzt ach das habe ich jetzt gar nicht geguckt gehabt also okay wir hätten jetzt eh nicht das geld gehabt um uns das zu leisten aber wisst ihr das hatte hatte der händler gerade zufällig so ein so ein zahnrad so schwere werkzeuge ne ne ich glaube dass das ich glaube das wäre mir ins auge gestochen ich glaube dann hätte ich versucht mehr geld zu verdienen weil das brauchen wir ja auf jeden fall für die mühle vorher brauchen wir die mühle eigentlich nicht bauen aber wir müssen uns hier echt mehr um die fruchtbarkeit kümmern ja ja schule ist schon im bau alles cool problem ist halt nur mit fruchtbarkeit dass aber warte mal der buchweizen ist glaube ich auch steigert glaube ich auch ein bisschen die fruchtbarkeit wie war denn das hier ne verbraucht viel fruchtbarkeit irgendwas war doch was auch fruchtbarkeit eine fruchtbarkeit abhängigkeit da ist kohl halt mega gut ne kohl ist halt so ein ding das wächst halt überall so wollen wir mal ganz kurz die pause machen ich will mal schnell was gucken wie ist denn der boden hier für kohl ja es geht halt genau in die andere richtung wie das was wir hier anbauen das macht halt relativ wenig sinn wir brauchen was was abhängigkeit von der fruchtbarkeit guck mal die bohnen tun die fruchtbarkeit sogar ein bisschen ein bisschen steigern verstehe ich das richtig dass wenn wir in dem rechten feld sind sozusagen dass dann die fruchtbarkeit sogar ein bisschen hoch geht ja ja klee ist klar klee ist klar aber man ich gucke ja ob ich vielleicht was was so ein bisschen so ein bisschen alles können weißt du klee macht das halt richtig voll sozusagen mit fünf aber hier hätten wir auch direkt noch ein bisschen was zu essen der ertrag ist natürlich nicht so und wie war denn das hier das kann man auch nicht strago grüß dich stelle es in grünen bereich jaja das ist schon klar aber dafür braucht man auch die rohstoffe deswegen das ist ja dann noch das nächste thema also ich will jetzt zum beispiel nicht kohl es macht jetzt keinen sinn kohl mit buchweizen zu kombinieren weil der boden zu unterschiedlich ist macht es halt mehr sinn rüben mit kohl zu kombinieren weil die dienst ähnliche boden beschaffenheit brauchen und wenn das hier mal angeglichen werden würde dann würden wir da auch den bonus für beide sachen bekommen das ist schon so eingestellt ja klee kriegen wir da halt nicht nicht zwischen so ja ja schon klar also strago nehme das nicht übel ich habe schon 50 stunden in dem spiel es weiß wie das feld funktioniert danke danke für die tipps aber ist schon also ist schon klar so das passt schon so wie ich das gemacht habe wir haben da schon ein paar stunden drin verbracht in dem spiel eventuell hat mich das irgendwie angefixt das geben wir gucken mal was hier oben das ist ein bisschen sandiger der boden da muss man immer gucken warum ist der nur so sandig wenn ja eine sandmine direkt daneben ist eine sandgrube er ist halt nicht so lehmhaltig der boden das ist natürlich auch so ein thema dann wird halt gerne die fruchtbarkeit noch ein bisschen hoch du brauchst du bist ziemlich viel naja der der flachs und das getreide die ziehen halt übelst an der fruchtbarkeit ja mit einmal mit einmal klee kommen wir halt nicht so richtig aus aber ich will halt auch keinen kenya pause machen weil wir brauchen ja quasi trotzdem die nahrung ja wir lassen das erstmal so wir gucken mal wir brauchen mehr einwohner die müssen einfach mehr kacken dann kriegen wir mehr dünger das ist ein ganz einfacher plan oder so logisch wie einfach mehr kacke mehr dünger so wir lassen mal ein bisschen schneller laufen ja genau so dass wir ein häuschen fertig wir müssen erst mal gucken dass dann wieder mal wenn er mal ein händler kommen würde der kohle kauft das wäre ein bisschen kohle haben wir mittlerweile schon gesammelt eventuell würde ich auch gold verkaufen schauen wir mal kommt auf den preis drauf an dass wir eine mühle und den bäcker bauen können ich hoffe den bäcker kriege ich hier dazwischen ich weiß gar nicht wie groß ist in der würde hier auch direkt die attraktivität ordentlich steigern okay du passt da dazwischen ist nur zu uneben da können wir ja eventuell was gegen tun warum baut ihr hier hinten die stein tetanus ich würde gerne mal den stein hier markieren ich würde nämlich gerne wissen wie viel da noch drin ist ein riesen bummer ich krieg den stein gar nicht angeklickt da okay das haben sie bald abgebaut das ist nicht so schlimm so sollen sie das mal gerne fertig machen die holzzäune kann ich nicht einfach aufwerten die muss ich da muss ich wenn ich palisaden will muss ich dann neu bauen die kann man nicht verbessern okay nur mal fürs verständnis wenn palisaden dann sowieso zuerst hier um den stadtkern weil bei so viel stein wie wir haben könnten eigentlich direkt steinmauern bauen und die palisaden überspringen also wir haben ja hier noch der muss ja nur abgebaut werden der ist ja da naja wir haben kein gold mehr aktuell machen wir sogar ein bisschen plus mit gold ich weiß gar nicht wie das auf einmal passieren kann aber irgendwie werden die dienste auch nur mit vier berechnet ich weiß gar nicht warum der arzt macht ja eigentlich 30 kosten da stimmt auch halt schon irgendwas in der berechnung nicht so richtig habe ich das gefühl soll mir jetzt gerade ganz recht sein oh wir haben schule und wir haben sogar den schlauen menschen gehabt der als lehrer arbeitet so das sollte ja auch schon mal so ein bisschen die attraktivität gesteigert haben falsche taste wenn wir hier noch ein becker hinbauen wird geil wie sieht denn das hier mit dem brunnen aus auch irgendwie nur so semi gut aber was anderes kriegen wir ja eh nicht hingebaut und da wären die häuser auf jeden fall schon mal wenn ich hier ein hin baue was ist wohin versuchst du da also kann ich kein hinbauen das zu uneben aber würde auch die häuser versorgen aber da oben ist ja schon ein brunnen brennholz wird knapp wird wohl zeit dass wir da mal jemand zweites einteilen hatte ich gerade nicht im blick vielen dank spiel für den hinweis mein korn speicher ist fertig da können wir mal wo lagert er das korn aktuell bin ich blind oder haben wir aktuell kein korn doch wir haben 100 327 korn das muss ja irgendwo sein okay das was gerade geerntet wurde liegt wahrscheinlich noch auf dem feld aber kann ja eigentlich nur ach so könnte auch da drin liegen ne könnte es nicht weil da habe ich es ja ausgemacht kann da auch gar nicht drin eingelagert werden ich bin einfach nur blind wahrscheinlich ach so das war ja wieder hier moment trick 17 da unten ist es war verdeckt ja das wäre auch noch so eine schöne so eine schöne kleinigkeit dass die fenster entweder von der größe her passen oder dass sie halt in der mitte sporen oder wenn ich seit wenigstens wenn ich sie einmal verschoben habe dass sie dann immer an derselben stelle kommen so mail möchte ich da aber nicht drin einladen so aber wie gesagt meckern auf hohem niveau so jetzt haben wir eine steinstraße da geht das auch alles klein bisschen schneller so wenn die hier oben die steine dann mal noch weggemacht haben dann mal die gebäude da umziehen so die felder sind leer winter ist coming ja mit der sammlerhütte die ich hier stehen habe und aktuell nicht betreibe ich glaube das lohnt sich auch gar nicht die hier wieder anzumachen zwei neue durftbewohner zugewandert sehr nice wir könnten überlegen gucken wir mal ob hier hinten die holzfäller oder der jäger jetzt ein bisschen aufgedeckt hat ja weißdorn 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 sind halt auch bloß bären keine kräuter und nix na da drüben sind wölfe da müssen wir eben ein bisschen aufpassen ich würde mal todesmutig die map hier noch ein bisschen aufdecken sammler sind halt echt also also bären sammeln will ich jetzt auch gerade eigentlich nicht so unbedingt lieblich grüß dich gibt es eine möglichkeit bäume anzupflanzen und sie danach zu fällen ja gibt es und zwar kannst du unter dekoration für ein gold bäume pflanzen das dauert dann natürlich ein zwei jahre bis die ausgewachsen sind und dann kannst du die wieder abholzen ansonsten gibt es noch die möglichkeit mit dem obstbauern aber die die obstbäume die geben nur ein zwei holz wenn man die kann man dann auch einzeln anklicken und für holz fällen das lohnt sich aber nicht wirklich ansonsten kannst du halt aktuell nur wie gesagt über die dekoration da musst du aber jeden baum einzeln setzen ansonsten warten die sporen ja nach ey stefan grüß dich muss man halt gucken dass man nicht immer an derselben stelle abbaut sondern ne und auch die holzfäller lager immer mal schauen dass man den kreis neu setzt muss ich gleich mal gucken wo wir hier aktuell eigentlich so stehen haben wir auch schon wieder halb abgerodet können wir mal wieder hier hingehen und mal steine mitmachen nein nicht abreißen onkel nein 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 nein